Musik Dann freuen wir uns jetzt schon auf den letzten Viering Hengst, dieses kleinen, aber sehr feinen Starterfeldes. Wir warten noch eben auf den ersten Fünfjährigen, dass dieser Hengst auch nicht alleine ist. Trotzdem darf ich Ihnen schon mal vorstellen, da der Fremdreiter auch schon Platz genommen hat. Das ist mit der Kopfnummer 16 Lindenberg ein Hannoveraner Hengst von Libertad, die Mutter von Destano, die Zuchtgemeinschaft Sabine und Hans-Heinrich Mark haben diesen Hengst gezüchtet, ausgestellt von der Hengststation Schuld und Jakob Schenk hat ihn uns gestern hier präsentiert. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt unseren Fremdreiter Pico Hannover hier auf der Katalog Nummer 16, dem Hengst Lindenberg. Dieser Hengst wurde gestern Vormittag in der freien Präsentation und in der Aufgabe von seinem Stammreiter Jakob Schenk vorgestellt. Dieser Hengst zeigte sich sehr dynamisch, mit einer sehr sportlichen Einstellung, hatte hier allerdings auch erste und zweite Präsentation überhaupt nicht mit der Umgebung zu tun, hat sich von seinem Stammreiter hier einen sehr guten Bild dargestellt. Es geht jetzt darum, mit unserem Fremdreiter Pico Hannover dieses Pferd einmal anzufühlen, die entsprechenden Wichtigkeitsmerkmale. Gebe ich Ihnen gerne weiter, ich stehe im Funkkontakt zu Pico. Erste Kommentierung jetzt gerade von Pico war, der will aber. Also ein sehr ehrgeiziges Pferd, das wir, was wir natürlich auch gerne sehen bei einem Vierjährigen. Sie müssen sich reiten lassen, aber eine gewisse Grundsensibilität für die weitere Ausbildung ist einfach auch wichtig. Die Einstellung, wie geht das Pferd mit seinem eigenen Körper um. Die Biomechanik des Pferdes ist bei jedem Pferd etwas anderes, ein Bewegungsbild. Daraus ergibt sich oft eben entsprechend auch die Wichtigkeitsmerkmale. Jawohl, Hengst jetzt auch ist bereit, sich in die Hand des Reiters zu dehnen. Der Hengste in sich sehr aktiv. Wenn wir uns das Bild angucken, auch von hinten, er ist schon recht gerade. Er spurt sehr schmal in dem Fußungsbogen, sehr dynamisch. Dynamisch, mit gutem Zug nach vorne. Das Abfragen über die Reiterhilfen in Richtung Stellung und Biegung, sagt Pico. Nimmt er sehr gut an, auch hier jetzt gerade einmal ganz kurz das Schenkelweichen, rechter Schenkel an der langen Seite. Das sind so kleine Kriterien, kommt der Reiter durch mit dem inneren Schenkel zum äußeren Zügel. Das ist einer der wichtigsten Kriterien überhaupt beim Reiten, um entsprechend unabhängig von dem inneren Zügel diesem Pferd auch die freie Entfaltungsmöglichkeit im Vorwärts zu geben. Ja, hier im Galopp. Mit Fühldynamik, auch unter seinem Stammreiter gestern Vormittag schon in Szene gesetzt, mit Jakob Schenk. Vielleicht noch nicht hier, dass das letzte ausbalancierte. Wir hatten das vorhin einmal ganz kurz auf der linken Hand mit einmal, dass er sich da noch etwas verlor und einmal in den Kreuzgalopp wechselt. So wie jetzt gerade über die Diagonale auch noch einmal ganz kurz. Sonst aber mit viel Abdruck aus dem Hinterbein. So wie jetzt gerade über die Diagonale auch noch einmal ganz kurz. Die Galoppade sehr wertvoll. Pico sagt jetzt gerade auch, vielleicht hält er sich in der Oberlinie auch noch ganz etwas fest mit der Galoppade. Das ist auch so ein bisschen der Anspruch. Der Hengst arbeitet sehr aktiv aus dem Hinterbein. Vielleicht ist er bei seinem Ausbildungsstand auch noch etwas geschuldet. Ich sage mal, dass er das vielleicht auch noch ganz etwas sich verhält oben. Aber immerhin immer wertvoll, vermittelt dem Reiter ein sehr gutes Gefühl, fährt es absolut auch auf dem richtigen Weg der Ausbildung. Dieser Hengst ist ausgestattet mit sehr viel Esprit und Go. Pico sagt gerade, das letzte bisschen Kraft fehlt ihm vielleicht für heute. Ich sage mal, um das auch ganz wertvoll noch einmal zu halten in der Galoppade. Aber das ist absolut auf dem richtigen Weg. Und wir freuen uns, so viel Qualität hier zeigen zu können. Also, ich sage mal, um das auch ganz wertvoll. Pico Hannöfer, unser Fremdreiter, sagt gerade, der Hengst zieht gut zur Hand. Ich sage mal, das war gestern so in der zweiten Präsentation nicht ganz in der Aufgabe mehr. So, ich sage mal, jetzt hier heute auch wieder besser. Ich sage mal, könnten wir noch etwas mehr Schulterfreiheit am Raumgriff. Aber das ist Klagen auf ganz hohem Niveau. Pico Hannöfer bedanken wir uns. Und er kommt jetzt zu uns, tauscht sich kurz mit uns aus. Ein Richterkollege, die weitere Kommentierung übernehmen. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da kann man sich doch ein bisschen begeistern an den schönen Hengsten hier. Die Trabarbeit, der arbeitet quasi wie ein, die Musiker sagen, wie ein Metronom, in einem wahnsinnigen guten Rhythmus, in einem Gleichmarkt, in einer sportlichen Art, an der langen Seite wie in den Wendungen, an der kurzen Seite immer das Hinterbein aktiv. Ich kann hier noch ganz viele Worte dessen benennen, warum der Trab so bedeutend ist. Schmalspurend, lebendig, elastisch, idealer Fußungsglohren, leise und fließend und auch trotzdem verschleißarm. Da der Hengst nämlich alle Gelenke öffnet, locker ist, leicht ist, wird nur für den Trab kurz gesagt 10,0. Der Galopp, auch mit ganz viel Impuls. Der Hengst hat ja ein wahnsinniges, lebhaftes Potenzial, sportlich nach vorne zu wollen und sich dann immer schön aus diesem aktiven, arbeitenden Hinterbein in die Hand reinzuformen, aus Resultat davon die schöne Anlehnung. Der Galopp, manchmal in der Phase, könnte ein Tick noch mehr abwarten, Sprung für Sprung fertig galoppieren, aber trotzdem auf einem ganz hohen Niveau, die Galoppnote 8,8. Der Schritt, kurz gesprochen, taktsicher und gut 8,0. Für die Rettigkeit, der Hengst hier überzeugend, gemäß der Ausbildungsskala in guter Losgelassenheit, der die Reiterhilfen akzeptiert, annimmt, die halben Paraden schon, schön aufs Hinterbein zurück. Der Hengst lässt sich immer wieder schön einfangen, von hinten nach vorne, im Hinterbein in die Hand. Wertnote 9,2. Und natürlich, wenn man den Text lesen, Gesamteindruck, Veranlagung als Dressurfeld, kann keiner ihm dies absprechen und bei weiterer körperlicher Entwicklung noch viel Potenzial. Wertnote 9,5, gewichtete Endnote 9,07. Vielen Dank.